Oh, what the fuck, oh no, oh no, quick save und so, schnell speichern. Ja, warum nicht, komm doch her. So, wo war jetzt nochmal, hier, wir müssen glaube ich, genau, gemächeltes Erzmagier, da gab es diesen, diesen Alkaner Verzauberertisch, gab es da, ne. So, und dann, ja, nehmen wir da nochmal Platz, ne, und dann gucken wir uns die Sache hier nochmal genauer an. So, komm her, Arkane Verzauberer, Rambatamba, Remedemi, Entzaubern. Oder, pass auf, wir machen mal Verzaubern, was können wir denn? Äh, Magiker absorbieren, ja, 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 ja. Ja, 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 ist klar, ne? Magiker verstärken, gestärkt Magiker um 20, ja. Hm, ok. So, jetzt gucken wir mal entzaubern. Na, nee, schade, geht nicht. Hm, ja, ok, es ist quasi immer derselbe Zauber, ne, habe ich verstanden. Hab ich verstanden, schade. Ähm, ansonsten, äh, irgendwas, äh, hier, verzaubern, äh, ne, äh, ne, komm, alles. Leave me alone, leave me alone. Au, aber wisst ihr, was wir, was wir machen könnten? Wir könnten ein bisschen stibitzen. Ja, er braucht's ja nicht mehr. Er braucht's ja nun wirklich nicht mehr. Zaubertrank der ewigen Magier. Das gefällt mir. Zaubertrank der kräftigen Magier. Gefällt mir auch. Wundertrunk, Blitzresistent, Lähmung, äh, Wasseratmung, ja, Rambodsammer, Gifterfurig. Ja, komm, besser was, das nehmen wir alles mit hier. Komm her, ja, immer herander, so. Das guckt ja keiner. So, haben wir's leergeräumt. Boah, wir sehen ja, das ist ja, das grenzt ja an großer Sack mit Kartoffeln, ja toll. Das grenzt ja echt an Leichenschändung, was wir hier treiben. Boah, es ist ja keine Leichenschändung, aber, äh, vielleicht jetzt nicht so zwingend die feine Englische, ne? Aber soll mich nicht kümmern. Ist mir, wurscht. So, was haben wir hier? Eisgeistsehne, ja, Wahnsinn. Na, hat sich die Schale wieder mitgenommen, super. Ja, pass auf. Suchbildschoten haben wir hier auch liegen. Sehr schön. Bin ja froh, dass wir extra dafür quer durch die Welt gereist sind. So, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen, um was hat denn hier noch so rumliegen? Äh, was ist das denn für Bücher hier? Äh, da ist ja nichts gescheittes dabei. Schade. Oh, was das? Tresor! Huuu, 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 Gold, Rubin, Amulett, mhm, bessere Preise, Herr Wahnsinn. Äh, nehme ich auch mit. Zwargenbogen. Nächster Bogen, das ist doch echt. Ah, ja, aber der sieht irgendwie cool aus. Ja, pass auf, den nehmen wir, da gucken wir gleich nochmal. Oh, ich bin so schwer. Äh, die Truhe ist schon leer. Oh, Curioso, komm her. Die Göttlichen sind euch holt, mein Freund. Ich bin ein Zauberlehrling. Wir müssen unbedingt mal was verkloppen, ja. Ich glaube, irgendwann bricht er uns auch mal zusammen. Yes. Äh, pass auf. Pass mal gut auf. Pass mal gut auf. Was du alles von mir kriegst jetzt hier. Äh, was kriegst du denn eigentlich? Essen, so. Pass mal auf hier, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Was, was so schwer ist. Kartoffeln, Brot, Gewicht, Wert, Gewicht. Oh, zwei, was ist das denn? Das kannst du doch mal haben, bitte sehr. So, dann gucken wir mal weiter. Gewicht, eins, nee, komm, das ist mehr alles. Oh, was das? Moment. Pferdehüfte. Wir tragen eine Pferdehüfte mit uns rum. Das ist ja kein Wunder, die klingt auch gleich so. Ziegenkäsescheiben. Wahnsinn. Da. Nimm's. So, was haben wir noch? Waffen. Wie sieht's denn da aus? Jagdbogen der Seelen. Jagdbogen der Verminderung. Super. Augische Bogen, augische Bogen. Ja, das sind alles so Sachen irgendwie, ich weiß nicht, die kommen wir eigentlich. Wir geben die mal. Was hab ich jetzt getan? What the fuck? Ah, jetzt kann er nichts mehr nehmen, ne? Okay, bist du voll, ne? Ah, ah. Na gut. Macht ja nix. Können wir uns wieder bewegen? Ja, wir sind wieder frei. Okay. So, jetzt passt auf. Da wir ja jetzt diese Eisgeistszähne haben, haben wir ja, ne? Hab ich jetzt mitgenommen. Stiefel, komm mal hier, nochmal Stiefel. Äh, Kleiderschrank, was ist da drin? Gold. Müllbräu ist nicht. Vitrine, was ist da denn drin? Zwergendurch. Auch doch kein Mensch. Was haben wir hier denn? Ne. Ja, komm, lassen wir. Ähm, jetzt möchte ich mal, jetzt könnten wir doch, Alchemie Labor, jetzt müssten wir doch diesen, äh, Unsichtbarkeitsdrang, äh, können wir nicht. Warum können wir denn nicht? Ich hab doch hier auf meinen schlauen Zettel, hab ich das doch extra vermerkt. Hier, das ist doch, Mann. Ich fühl mich betrogen, ich fühl mich geschitten, das ist, äh, wenig gut. Kauruseier plus Eisgeistszähne. Gibt Unsichtbarkeit. Hab ich mir extra hier notiert. So, pass auf jetzt. Zutaten. Kauruseier plus Eisgeistszähne. So. R. Herstellen. Erschaffener Zaubertrank. Unsichtbarkeit. Yeah. Okay. 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 So. Jetzt müssten wir das doch, ja, sehr schön. Guck mal da. Ah, 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 herstellen. Sehr cool. Sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Alchemie Bin. Yes. So, und dann kloppen wir, weil ich das so spannend finde. Das möchte ich unbedingt mal versuchen. Soll ja auch einen Zauber geben, glaube ich. Ähm, weil ich, ähm, weil ich das so spannend finde, ähm, suchen wir uns das jetzt hier raus und dann kloppen wir das in die, äh, so Wundertrunk, äh, jetzt muss ich das mal schnell suchen hier. Ein, äh, ah, was, ist das dann? Kräftigen Magiker hier, aber so, auf, das, oh nochmal. Ah, straken, weißt du, aber wie der Tarnung, was ist das denn? Schwere zu entdecken. Ja, ey, komm, brauche ich alles nicht hier. Oh Mann, haben wir einen Haufen Tränke Hier, guck mal da, das ist ja echt Taubertrank Unsichtbarkeit Klick, so Okay, großer Sack ist da was drin Außer Kohl, nichts, zu viel So, raus jetzt hier Okay, dann suchen wir den Stab des Magnus Das wird unsere nächste Aufgabe Beziehungsweise ist es schon Ist schon unsere nächste Aufgabe Raus hier, runter und dann Ja, wo müssen wir da hin? Irgendein Labyrinth oder sowas Arconaeum? Ne Möchte ich nicht rein Hier, Himmelsrand Und meine Nazi juckt schon wieder die ganze Zeit Hier ist schon wieder voll schlimm So, Karte Okay, man zeige mir, wo ich da hin muss Ist das angewählt? Moment, ich guck nochmal nach Betritt Labyrinthion Das klingt spannend Das klingt echt spannend Ja, machen wir, oder? Okay So, wo ist das? Wo ist das? Labyrinthion Was das? Der Schlangenstein? Ne, komm, haben wir Ähm Im Übrigen, was diese Lähmung angeht, ne? Wir haben wir ja eigentlich schon, ne? Weil dieser Schlangenstein, dieses Schlangen-Dingsbums Hier haben wir es, guck mal Ähm So, wo gehen wir da am dümmsten hin? Aber wir könnten hier hin Müssen wir aber um den Berg wahrscheinlich rumlatschen, ne? Ich glaube nicht, oder? Oder können wir hier diesen Bergkamm hier hoch? Hm Wir gehen mal nach Mortal Klick Und versuchen wir es einfach, dass wir über diesen Berg da drüber kommen Wird es wieder eine verschneite Gegend geben, hier, ne? Ja, aber diesen Schlangenstein, der lähmt ja die Gegend ja auch, ne? Irgendwie benutze ich den, oder habe ich den, glaube ich, noch gar nicht benutzt Kann man ja angeblich auch nur einmal am Tag benutzen Es ist schon wieder finstere Nacht Macht aber nix So, wir gucken nochmal Nicht, dass ich da, äh, rumpfusche Ah ja, wir müssen eh auf diesen Berg hier, sehe ich gerade Ja, haben wir ja alles richtig gemacht Mensch, Kinders So, pass auf Ähm, möchtest du mal Kehrdung bewegen oder entfernen? Möchtest du dich bewegen? So, okay Wo müssen wir da hin? Ja, hier hoch wahrscheinlich, ne? Okay, Kinder So, ich mach uns mal wieder Tag Es ist, äh, gleich 10 Uhr abends Das heißt, wir brauchen lockere 10 Stunden Das müsste reichen Und dann müsste es hell werden Die Sonne geht auf und ich bin glücklich Und wir sehen ein bisschen mehr, ne? Dementsprechend geht natürlich der Mond unter Selbstverfreilich Ah, ja, guck mal da Ah, ja, guck mal Hier, gleich, gleich viel besser Fühle ich mich gleich viel besser So Oh, what the fuck? Oh no, oh no Ah, quick save und so Schnell speichern Ja, warum nicht? Komm doch her Ah, ha, ha, ha So, Freundchen Da probiere ich doch gleich mal meinen neuen Bogen Komm her Du Drecksvieh Ey, wo ist er hin? Brennt er denn? Hat's was gebracht? Hoa Moment, Moment Downloads Verstärkung Lesbex Und, äh, ha Wow, bist du mir gerade auf den Kopf gefallen? Alter, was geht ab mit dir? Wow, 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 wow Alter, 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 alter Ey, was ist nur los? Kannst du dich doch nicht bringen, ey Freundchen Moment Moment, ähm Ah, du bist wieder Du bist hier so'n, so'n, so'n So'n Feuerdrachendings, ne? Da bringt das mit dem Bogen Wahrscheinlich nur mit Punkt was, ne? Macht aber nix So, ja, was willst du von mir, alter? Was, was zum Teufel Willst du von mir? Komm her Komm her, geh doch auf jetzt Ja Was soll das denn jetzt? Was willst du mir damit sagen? Was willst du mir damit sagen? Hallo Willst du mir damit sagen? I will